Herzlich Willkommen zu den DSA Nachrichten in 3W20 Minuten deiner Nachrichtensendung rund um das schwarze Auge, die schwarze Katze und Aventuria. Heute mit allen News aus den Kalenderwochen 31-39 Teil 2. Da es so viele News gab, habe ich das Ganze gesplittet. Wenn du Teil 1 noch nicht gesehen hast, dann kannst du das davor oder danach machen, die Reihenfolge ist egal. Und vergiss auch nicht meine Radcon Spezials zu den DSA News von der Radcon und den Aventuria News von der Radcon zu schauen. In dieser Ausgabe 79 haben wir mit drin die Vor-PDFs von Ewige Suche, dem DSK-Crowdfunding, die Vor-PDFs vom Echsen-Simpfe-Crowdfunding. Wir haben eine ganze Menge Vor-PDFs aus dem Collectors Club dabei, zum Beispiel die Saat der Schwarzen Eiche und Stählen aus Kupferbrandernspakt 1, sowie viele andere. Außerdem haben wir noch die neue Collectors Club-Welle mit dabei, unter anderem mit der Bibliografie des Schwarzen Auges Band 2 und auch Entfesselte Schöpfung ist mit dabei. Außerdem schauen wir, was so die nächsten Wochen bringen. Und jetzt viel Spaß mit den Nachrichten. Wenn du mehr Infos haben möchtest, vergiss erstmal nicht zu abonnieren, lass einen Daumen nach oben da, wenn dir die Sendung gefällt und aktiviere die Glocke, damit du keine weiteren Sendungen verpasst. Alle Infos zu allen Produkten findest du in unseren Produktlisten auf hinter-dsa.de, auch hier über den QR-Code. Wir starten mit den Crowdfundings. Und da haben wir zuerst DSK, die ewige Suche. Die wird jetzt ausgeliefert im November, wenn alles so klappt, wie es soll. Aber im Moment sieht es gut aus dafür. Und da haben wir jede Menge Vor-PDFs, nämlich einmal vom Hauptband. Xorlosch, ewige Suche. Der Band erscheint am 31.10. kostet 49,95 als Buch oder 29,99 als PDF. Und wir schauen jetzt ins Vor-PDF hinein. Das ganze Ding hat 196 Seiten, unter anderem eine Xorlosch-Karte im DSK-Stil. Dann haben wir das Inhaltsverzeichnis, gibt es hier leider noch nicht. Das heißt, wir schauen jetzt mal so rein. Am Anfang war die Neugier, alltägliches Leben und dann kommt Xorlosch. Das Dromen, das Drunten. Ich schalte jetzt hier mal ein bisschen schneller durch, um nicht zu viel zu spoilern. Namen von Erwachten haben wir mit drin. Diverse Professionen. Ergänzende Regeln sind mit dabei. Archetypen. Werkzeuge und Tiefenfunde sind mit dabei. Ein Index hat nachgereicht und dann haben wir noch den Gewölbe-Generator. Da kann man sich ja verschiedene Dungeons erwürfeln. Außerdem gibt es dann noch Geheimnisse von Xorlosch. Und ja, wie gesagt, das Ganze dann mit fast 200 Seiten. Hier habt ihr nochmal den Klappentext. Wir wechseln auf Jenseits der Stollen. Das ist ja der Ergänzungsband rund um Xorlosch. Er scheint ebenfalls am 31.10. kostet 19,95 oder 11,99 als PDF. In das wir jetzt hier auch hineinschauen. Und hier haben wir ein Inhaltsverzeichnis. Wir haben die Ingra-Kuppen mit Weg und Steg. Das Leben in den Bergen. Wichtige Orte in den Ingra-Kuppen. Und weitere Dörfer der Region. Sowie geheimnisvolle Orte und Ereignisse im Feste in der Region. Und dann haben wir Regelerweiterungen mit neuen Rassen, Kulturen, Ausrüstungsgegenständen. Von Rutschkisten und Schneebrettern. Schätz und Zauberwerk aus den Bergen. Neu- und Nachteile. Optional noch Regeln für das Spiel im Gebirge. Sowie den Gebirgsbock, den Habicht und den Boxmenschen. Und dann Geheimnisse jenseits der Stollen. Auch hier schauen wir mal rein, ohne uns alle Seiten genau anzugucken. Flugkaninchen haben wir mit dabei. Und dann noch die Geheimnisse. Und hier habt ihr auch nochmal den Klappentext. Macht da gerne auf Stopp und schaut euch das genauer an. Und dann haben wir das Xorlosh-Kompendium. Das erscheint natürlich ebenfalls am 31.10.1995 als Buch und 11.99 als PDF. Und auch in das schauen wir jetzt hinein. Und da haben wir, Achtung, Spoiler-Gefahr. Hier sind nämlich Abenteuer enthalten. Einmal die Rettung aus der Tiefe und weitere Tiefenfunde. Wir haben die Abtaucherausrüstung. Weitere Abenteuerskizzen. Zwei Beine auf Abwegen. Ein Husten im Wind. Und große Helden. Außerdem haben wir zusätzliche Außenposten. Das Drumherum. Der Rahmen und die Details. Und wichtige Filzfratzen Xorloshs. Insgesamt sind das damit 36 Seiten. Und auch hier schauen wir mal hinein. Rettung aus der Tiefe. Weitere Tiefenfunde. Abtaucherausrüstung. Abenteuerskizzen. Die zusätzlichen Außenposten. Und hier nochmal der Klappentext. Dann haben wir noch das Bestiarium Xorlosh. Das erscheint am 31.10. Kostet 19,95 als Buch oder 11,99 als PDF. Und auch in das schauen wir jetzt hier hinein. Und im Bestiarium haben wir den blinden Zirpling, den Faulwurm, den Feuerwurm, Filzfratzen, Flattermenschen, Glasspinnen, Gluting, Hirnschnecken, Ölenbär, Lichtlaurer, Monsterwurm, Sandwühler, Schleimball, Schneehäuter, Steinklackerer, Tiefenschmetterling, die wandelnde Rüstung mit Knochen, Weißauge, Weißschrecken und Wühlschrat. Außerdem haben wir noch drin von Horten und Verstecken. Dann Nester und Bauer. Dann die Amanita. Dann der Ort der künstlichen Diener. Und zuletzt der ewige Tauscher. Das Ganze dann auf 50 Seiten. Auch hier schauen wir beim Schnellverfahren mal durch. Und auch hier habt ihr nochmal den Klappentext. Wenn ihr wollt, dann kurz anhalten und lesen. Dann haben wir noch der Tiefe versprochen. Das ist die Abenteuer-Anthologie. Daher auch hier eine Spoiler-Warnung. Auch die erscheint natürlich am 31.10. 1995 als Buch und 11,99 als PDF. Und da schauen wir auch jetzt mal rein. Und hier haben wir das Inhaltsverzeichnis. Der Tiefe versprochen ist das namensgebende Abenteuer. Schlafende Hunde weckt man nicht. Nach dem Titel war der Abenteuerband zuerst benannt. Der hieß nämlich eher Schlafende Hunde. Und die Baumeister ist das dritte Abenteuer. Das Ganze dann auf 52 Seiten. Auch hier, dass es ein Abenteuer ist, nur mal im Schnellverfahren. Ein paar einzelne Seiten zeige ich mal. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Und auch hier habt ihr nochmal den Klappentext. Wir kommen noch zu den Archetypen. Xorlosch. Was das kosten wird, wissen wir noch nicht. Das kriegen die Bäcker alle mit dazu. Es scheint am 31.10. Das ist so ein Altarfalz. Das heißt, wir haben hier den mittleren Balken. Und rechts und links außen jeweils nochmal die Hälfte. Das kann man dann so umklappen, sodass man dann, wenn man es aufklappt, wirklich so ein Altarfalz hat. Und wir schauen jetzt nochmal auf die zweite Seite. So sieht das Ganze dann von innen aus. Das heißt, hier haben wir dann nochmal die Werte und natürlich Ausrüstung und Co. Ja, das erste ist hier Zinn-Lichtbringer. Dann haben wir noch Nuam-Steingesicht. Das ist diese Schildkröte hier. Auch hier nochmal die Rückseite. Wir haben außerdem Beryl-Düsterschreck. Das ist eine weitere Schildkröte. Andere würden sagen, ein Törtel. Wir haben Sliss-Mückentod. Das ist mehr so ein Gecko. Wir haben Morgana-Seuchenstinker. Dürfte auch ein Gecko sein. Reptil heißt das hier. Hier die Rückseite. Und dann haben wir noch Xen-Sohn der Fepa. Das ist ein Hund, ein Rattenbeißer. Hier nochmal die Rückseite. Und wir haben außerdem Riola-Sturmspringerin. Das ist ebenfalls ein Hund, ein Zwergspitz. Das sieht sehr interessant aus, auch mit der ganzen Ausrüstung. Soviel zu den Archetypen. Wir kommen zum nächsten Crowdfunding. Und das sind die Echsen-Sümpfe. Da gab es ein viertes Update. Da habe ich jetzt gleich ein paar Bilder dazu. Also ein Update-Video. Und das Ganze wird ausgeliefert Anfang November, wenn alles klappt. Ja, und ich klicke jetzt einfach mal die verschiedenen Screens hier durch. Ihr werdet die nachher auch nochmal in den Vorab-PDFs zum großen Teil sehen. Aber es gibt hier dann schon mal einen ganz schönen Eindruck, was es hier so alles an Bildern geben wird. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, was ihr da jeweils seht, dann lege ich euch dieses vierte Update ans Herz mit Philipp und Zoe. Den Link findet ihr wie immer natürlich in den Produktlisten beim Echsen-Sümpfe-Crowdfunding. Es sind ein paar sehr epische Sachen dabei. Ein paar NPCs sind mit dabei. Wie gesagt, ich sage jetzt hier nicht bei jedem, wer das ist. Wir sehen die aber vielleicht gleich auch in den Vor-PDFs zumindest teilweise noch. Ein bisschen Ausrüstung ist mit dabei. Horn-Echsen sind mit dabei. In Anführungszeichen Dinosaurier sind mit dabei. Und natürlich aus dem Heldenbrevier und dem Rangawa de Mekum dann auch noch entsprechende Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Ja, soviel dazu. Wir steigen mal ein mit der ersten Spielhilfe, nämlich die Echsen-Sümpfe, Seelämmen und das Reich der Achats in der regulären Variante. Er erscheint am 28.11. dann regulär für alle. 9,95 kostet das Buch und 23,99 das PDF, in das wir hier auch hineinschauen wollen. Der Aufbau, der ist eigentlich bekannt. Wir haben das Impressum, dann die Echsen-Sümpfe mit der Regionalbeschreibung. Wir haben dann Land und Leute, Kultur und Wissenschaft, Handel und Wandel, Götter und Dämonen, Zauberei und Hexenwerk. Da wurde schon angeregt, das Hexenwerk zu nennen. Rang und Namen und Mythos und Historie und außerdem ein paar Karten und Tabellen. Auch hier klicken wir uns mal ein bisschen durch, ohne jetzt auf jede Seite einzeln einzugehen oder auch jede zu spoilern. Aber man bekommt zumindest schon mal so einen netten Eindruck, wie das Buch aufgebaut ist. Man sieht hier ein paar NPCs, einige Bilder sind zu sehen. Die Scratch-Shoe hat natürlich Sonderauftritt. Es gibt natürlich einen Index und hier habt ihr auch nochmal den Klappentext. Wir machen weiter mit dem Vor-PDF von Helden der Echsen-Sümpfe. Das Buch wird ebenfalls am 28.11. regulär erscheinen. 9,95 kostet das Buch und 17,99 das PDF. Und auch in das schauen wir jetzt hinein. Auch hier wieder das Inhaltsverzeichnis mit dem üblichen Aufbau. Die Helden der Echsen-Sümpfe, die Regeln der Echsen-Sümpfe und die Rüstkammer der Echsen-Sümpfe. Das insgesamt dann auf 96 Seiten. Hier schauen wir mal rein. Da gibt es einige Professionen. Dann gibt es die Regeln. Also alle möglichen Sonderfertigkeiten. Zauber, Zaubertricks, Liturgien. Und schließlich die Rüstkammer mit den verschiedensten Waffen. Ein paar Tiergefährten sind mit dabei. Und natürlich dann auch wieder Index und Klappentext. Wir springen weiter zu den Mysterien der Echsen-Sümpfe. Natürlich besteht hier Spoiler-Gefahr. Am 28.11. wird der Band erscheinen. 34,95 kostet das Buch und 17,99 das PDF. Also hier ist auch der etwas teurere Preis jetzt für den 100-Seiten-Band, der insgesamt dann sein wird. Und auch hier schauen wir in das Vor-PDF hinein. Wir haben hier drin Mysteria und Arcana. Wir haben Flora und Fauna und dann Abenteuer in den Echsen-Sümpfen. Sowie das Abenteuer die Krone der Echsen. Was wissen die Helden? Mysteria und Arcana sind mit dabei. Flora und Fauna. Das Herbarium. Und dann Abenteuer in den Echsen-Sümpfen. Auch ein sehr geiles Bild eines Maru-Saldners. Und dann die Krone der Echsen, das Abenteuer. Auch hier flitze ich nur schnell drüber, um nicht zu viel zu spoilern. Und schließlich noch der Klappentext. Wir haben das Kompendium der Echsen-Sümpfe. Mit über 160 Seiten auch der dickste Band des Crowdfundings. Er scheint ebenfalls am 28.11. für 44,95 oder 26,99 als PDF. Und in das Vor-PDF schauen wir jetzt ebenfalls hinein. Auch hier gilt natürlich Spoiler-Gefahr. Wir haben zunächst ein Glossar. Und dann fängt das Buch erst an. Wir haben Mysterien und Abenteuerideen. Die Scratchu in Handouts. Die alten Familien Selems. Kulte zum Auswürfeln. Die schwarzen Edelsteine der Dämonenarchen. Die Akte-Faktforschung der Echsen. Und die Achatzra von Xirquia. Dann haben wir noch Abenteuerschauplätze und Akademie-Beschreibungen. Die trockenen Plätzchen. Ein Sumpflager. Ein Dorf der Stammes-Achatz. Eine Stadt der Achatzra. Eine autarke Tempelpyramide. Ein Zyliten-Halliktum. War bestimmt richtig ausgesprochen. Die Ruinen Elems. Die Selimhoras-Bibliothek. Rashid Rat und die Bilim Selim Yati. Die unsterbliche Orden der Gesichtslosen. Die Kristallomanten und ihre Ausbildung. Die Echsenreiter und ihre Ausbildung. Und schließlich vier Kurzabenteuer mit zu neuen Ufern. Folgenden Tränen. Die letzten Geheimnisse. Sowie kalter Empfang. Auch hier gehen wir mal schnell drüber. Um mal ein paar Eindrücke zu gewinnen. Auch hier könnt ihr gerne das Video stoppen. Wenn ihr euch etwas genau angucken wollt. Hier haben wir ein Solo-Abenteuer sogar. Mit entsprechendem Heldenbogen. Noch ein paar nette Gegner. Und schließlich hier auch nochmal der Klappentext vom Kompendium. Gehen wir weiter zum Heldenbrevier der Echsen-Symph. Wie immer geschrieben von Carolina Möbis. Reiseberichte eines Zarkindes. Erscheinen am 28.11. Zum Preis von 1995 oder 11.99 als PDF. Und ihr werdet es fast nicht glauben. Wir schauen da jetzt mal rein. Das Inhaltsverzeichnis. Das Inhaltsverzeichnis. Kind der Zar ist das erste Kapitel. Dann der Beute nach. Dann die Expedition. Versumpft. Das schlafende Meer. Sprung ins Ungewisse. Das Überleben des Stärkeren. Die Chimären. Und ein Glossar. So wie Personenregister gibt es noch. Da die inzwischen ja komplett ohne Bilder sind, flitze ich hier mal ganz schnell drüber. Ihr seht aber schon, das ist wieder Text und Briefe gemischt. Und dann noch Personenregister, Götterlauf und so weiter und so fort. Wir haben außerdem noch ein Vorpdf, nämlich vom Landkarten-Set. Das erscheint natürlich auch am 28.11. für 1995 oder 11.99 als PDF. Und auch in das PDF schauen wir natürlich hinein. Wir haben einmal die Regionskarte. Die gibt es in A2. Dann haben wir eine Ingame-Karte in A3. Außerdem haben wir in A3 auch die Regionskarte nochmal mit den einzelnen, ja ich hatte jetzt Provinzen gesagt. Stimmt aber nicht ganz. Und dann nochmal eine Karte, welche Spezies in welchen Gebieten leben. Dann haben wir außerdem noch ein paar Stadtpläne von Selem, von Zdl. Von Portkorat und U-Khoboch. Außerdem von Asseln und von Krs-Schar. Und dann haben wir noch, das gehört auch dazu, den Seelnehmer Anzeiger. Mit der Padesh-Lars gekrönt. Herrscher der Äxten, huldig dem Großkönig. Schreckliche Morde in Uruachin. Spektakuläre Versteigerung. Kult der Bleichenherren verboten. Expedition oder Expedition. Schrecken im Sumpf. Schnee über Selem. Reisetipp. Die zitternden Klänge in Raschrad. Auch Achats spielen Ball. Verrückter Mob. Wütet durch die Straßen Selems. Legendäre Bücher in Selem. Jahrhunderte alter Bannerwacht. Das sind die vier Seiten des Selemer Anzeigers. Wir haben noch das Spielplan-Set. Die Echsen-Sümpfe erscheint auch am 28.11. Klar, für 17,95 oder 10,99 als PDF. Und die gucken wir uns natürlich auch mal an. Wir haben hier in A2 einmal das Sumpflager. Und wir haben in A3 den Mangrovenwald. Wir haben den Pyramidenvorplatz. Und die Achatshütte. Sowie die Pfahlhütte. Und ihr seht das Ganze noch so als Druckbogen. Dann haben wir mal kein Vor-PDF. Wir haben nämlich das Acrylmarker-Set. Die Echsen-Sümpfe der Region. Erscheint auch natürlich am 28.11. für 14,95. Und für 19,95. Das Acrylmarker-Set. Die Echsen-Sümpfe der Mysterien. Dann mit den ganzen NPCs. Dann haben wir noch Sphärenklang. Die Echsen-Sümpfe. Erscheint ebenfalls im November. Am 28. Für 19,95. Oder 11,99. Die MP3s. Und auch hier gibt es ein Vor-PDF. Und auch in das gucken wir rein. Die Region. Und dann gibt es die einzelnen Tracks. Die gehen wir jetzt nicht alle durch. Beteiligt war natürlich Ralf Kurziefer. Aber auch noch diverse andere für die Illustrationen dann entsprechend. Dann haben wir noch die Rückseite mit insgesamt 27 Tracks. Das sind relativ viele, aber auch einige kurze mit dabei. Und ja, die hören wir uns jetzt allerdings dann nicht an. Dann haben wir noch zwei Würfelsets. Nämlich die Stammes-Achats. Zwei Stück. Erscheinen am 28.11. für 4,95. Und die Archaischen-Achats. Das sind mehr so gelbe, ja, milchige Würfel mit gelb. Auch die für 4,95. Und dann haben wir natürlich abschließend noch das Ranga-Wadimekum. Das Brevier der zornigen Götter. Hier auf dem Bild steht noch der götterfürchtigen Echsen. Das ist aber inzwischen geändert. Und das kostet 19,95 oder 11,99 als PDF. Und ihr kennt das Spiel, denn in das schauen wir jetzt auch mal hinein. Wir haben den Inhalt zum Geleit vom Wesen der Ranga. Auch hier flitzen wir mal durch. Das ist auch dann bebildert. Im Gegensatz zum Heldenbrevier. Auch mit einigen eher Oldschool-Bildern. Craconia sehen inzwischen etwas moderner aus. Oder war es sogar ein Leviathan. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Friedhof der Seeschlangen. Ich wollte schon sagen der Kuscheltiere. Da wird geopfert. Ein zweiköpfiger Kaiman. Und natürlich machen wir wieder von eigener Hand ergänzen. Das Ganze natürlich mit 160 Seiten. Ja. Kommen wir zum Crowdfunding von Aventuria 2.0. Beziehungsweise Aventuria das Abenteuer Brettspiel. Kelche der Macht und Fluch der Wüste. Da hat nämlich der Philipp jetzt im letzten Vlog verkündet, dass es sein kann, dass sich die Auslieferung, nein, dass sich das Crowdfunding noch leicht verzögern wird. Was damit zusammenhängt, dass man natürlich Proxys haben möchte, die man unter anderem jetzt auf der Spielzeigen möchte, aber auch den einzelnen Creatern, also YouTubern zukommen lassen möchte, damit die darüber berichten. Und das könnte sein, dass das noch ein bisschen dauert, bis der entsprechende Produzent diese Proxys zukommen lässt. Also diese Boxentwürfe. Und ja, man möchte natürlich möglichst, dass schon ein paar Leute sich das angeguckt haben, vielleicht auch schon darüber berichtet haben, wenn das Crowdfunding startet. Und deswegen ist jetzt der 15.10. so ein bisschen in Gefahr, ob das noch klappt. Da werden wir aber in den nächsten zwei Wochen dann ja drüber hören. Aber ja, drücken wir mal die Daumen, dass die Dinger rechtzeitig da sind. Vielleicht jetzt auch schon sogar zur Spiel. Da möchte die Lüsses ja auch schon zeigen, was die neuen Boxen so an Umfang zu bieten haben. Wenn ihr dieses Projekt unterstützen wollt, schaut mal auf hinter-dsa.de-support vorbei. Da könnt ihr uns über Patreon, Twitch oder Ko-Fi unterstützen oder bei unseren Partnershops einkaufen. Wenn ihr das macht, vielen Dank dafür. Wir kommen zum Collectors Club. Und da beginnen wir mit einer allgemeinen Meldung zum Collectors Club, denn es gab eine Rundmail an alle Collectors Club-Mitglieder. Am 18.09. wurden die Collectors Club-Punkte zurückgesetzt und die Ränge aktualisiert. Wenn das bei irgendjemandem nicht geklappt hat, dann meldet euch bitte. Die Punkte der Augustwelle hat man bereits. Das heißt, mit Beginn der Augustwelle sammelt man die Punkte fürs kommende Jahr, also 2024, 2025. Alles davor wurde gelöscht. Wer einmal den Zugang zur Schatzkammer hat, behält den natürlich. Und wenn ihr die Belohnungsschwellen, also die 50, 75 und 125 Punkte im Collectors Club noch überschritten habt, dann solltet ihr auch jetzt eure entsprechenden Prämien noch bekommen. Das war ja der Almanach, die Chibi, Acrylmarker und der Würfel. Und für 2024, 2025 hat es schon mal berichtigt, gibt es dann auch wieder bei 50 Punkten den Sammelwürfel, allerdings nicht mehr aus Holz, sondern aus recyceltem Kunststoff wahrscheinlich. Ab 75 Punkten dann neu eine Neopren-Würfelschale, was ich persönlich ganz cool finde. Dann ab 125 Punkten den Almanach und die Top-10-Ringe bekommen wieder Legende des Collectors Club auf der Collectors Club Convention als Auszeichnung. Ansonsten gilt für die Collectors Club Convention wieder die Ränge 1 bis 300, kriegen bis zu zwei Karten. Die wird wahrscheinlich wieder irgendwo im Mai stattfinden, das ist aber alles noch nicht bekannt. Die Ränge 1 bis 50 haben wieder ein Mieten-Greed auf der Radcon lang in 2025. Also dann Anfang September soll es ja dann stattfinden. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fehler bemerkt, dann meldet euch beim Collectors Club Team. Wir steigen ein mit zwei Verschiebungen, nein drei Verschiebungen. Die Bibliografie des Schwarzen Auges sollte eigentlich jetzt im September noch erscheinen. Hat es aber nicht mehr ganz geschafft, die wird jetzt im Oktober erscheinen. Ob es jetzt der 31.10. wird oder wie bei der letzten Welle, dann irgendwann jetzt zwischendrin im Oktober noch kommt, das war mir daraus nicht ganz klar. Die kostet auf jeden Fall 39,95 oder 23,99 als PDF. Das gleiche Schicksal hat die Saat der Schwarzen Eiche auch ergriffen. Auch die verschiebt sich auf den Oktober. Hier seht ihr übrigens auch die Detailbilder jetzt vom Rücken und auch ein paar Ausschnitte. Das ist jetzt neu im F-Shop. Das Buch wird jetzt, nachdem es ja 380 Seiten statt 240 dick wird, nicht mehr 59,95, sondern 79,95 kosten und als PDF 47,95. Und wir schauen uns jetzt das Vorab-PDF dazu an, deswegen auch Spoiler-Gefahr. Ja, über 380 Seiten hat das Ding bekommen, man hat Spielprotokolle vorne drin und dann die Abenteuer als mal eine Einleitung. Dann das Kurzabenteuer der Baron, dann das Abenteuer die Schwarze Eiche. Dann gibt es Steigerungsregeln, wenn man jetzt also nach dem ersten Abenteuer mit den weiteren weiterspielen will. Dann gibt es wieder so ein kurzes Zwischenabenteuer, die Magierin und ein kürzeres Abenteuer, das Überleben. Ich glaube, der Baron und die Magierin sind nur Texte. Der Kopfgeldjäger ist wieder so ein Übergangstext und dann kommt Im Griff der Schwarzen Eiche als zweites großes Abenteuer mit einem Anhang. Dann gibt es wieder eine kleine Story der Org. Dann gibt es das Zwischenabenteuer Überraschen. Dann wieder ein Text, die Wirtstochter. Dann kommt Im Rücken des Königs, was ja vorher ein Einzelsolo war, was jetzt aber integriert wurde in die Story von der Schwarzen Eiche. Dann kommt wieder ein Text, der Trauernde. Dann gibt es wieder ein Übergangsminisolo, Fallen, ein Text der Straßenmädchen und dann die Rückkehr zur Schwarzen Eiche. So als Abschluss und dann noch einen abschließenden Text, der Umherziehende. Dazu dann noch Anhänge und Zusatzmaterial. Und genau, das sind dann insgesamt also sieben Solo-Abenteuer. Die vier großen, drei kleinere und dazwischen dann noch füllende Texte, die das Ganze verbinden. Das Ganze natürlich von Sebastian Thurau. Ganz cool finde ich auch immer, so jede Einleitung zum Solo hat nochmal genau hier so eine Karte, wo das Ganze dann stattfinden wird. Und hier sieht man dann dieser einleitende Text und dann geht es dann auch mit dem Solo los. Hier wird erst nochmal erklärt, wie man das Ganze Solo spielt. Man hat unten auch die Würfel, wenn man keine Würfel zur Hand hat, kann man da durchblättern, so wie ein Daumenkino. Und dann kommt das erste Solo und dann die weiteren Solos. Dementsprechend viele Abschnitte gibt es hier auch. Ihr seht, es gibt dann die kleineren Solos mit nur so 55 Abschnitten und dann wieder diese Fülltexte. Und dann wieder die Anzeige, wo spielen denn die nächsten Abenteuer. Die haben dann aber deutlich dreistellige Abschnittszahlen. Ja, auch hier flitze ich mal durch. Ihr habt dann ganz kurz gesehen, im Rücken des Königs. Das sind dann alles eher so Solos, die 300 Abschnitte haben. Auch hier die Rückkehr. Die hat sogar deutlich über 400. Ja, sogar über 500. Noch ein paar Handouts. Und vorgefertigte Helden gibt es. Und noch ein paar weitere Karten. Und ihr seht auch, teilweise müssen die dann auch noch mit Abschnittszahlen gefüllt werden. Auch hier dann entsprechend jetzt der Klappentext. Ebenfalls verschoben hat sich mit Heldenmut und Würfelglück das Würfelset aus der Remastered-Reihe. Das wird jetzt ebenfalls erst im Oktober erscheinen. Für 14,95 ist das weiterhin vorbestellbar. Kommen wir zur 47. Welle des Collectors Club. Die ist nämlich inzwischen beendet, nachdem ich die letzten Nachrichten gemacht habe, wo das Thema war. Die lief vom 12.07. bis 11.08. Und wir hatten da zwei Vorab-PDFs, die wir uns jetzt mal genauer anschauen. Einmal vom Dossier der Erleuchteten. Das wird ebenfalls am 31.10. erscheinen. Kostet 44,95. Das ist wieder das große Ingame-Format. Oder 26,99 als PDF, welches wir uns jetzt mal zu Gemüte führen. Das Ganze ist ja ein Band, der Geheimkulte und so beschreibt, aus der Sicht einer Skretschu-Verehrerin oder jemandem, der ihr folgt auf jeden Fall. Wir haben ein Inhaltsverzeichnis, wir haben zur Idee des Bandes und dann An-Meine-Herrin und dann Kulte und Kultisten. Die Arras-Satma, die Seher des Vergangenen, der Aventurische Bote, die Basalt-Faust, die Beni-Deveres, die Blut-Templer, die Borbrat-Kirche, die Bruderschaft vom Zweiten Finger, Zars, der Bund des Roten Salamanders, die Drachenkulte der Mantra Kim, die Erben der Gräber, die Erben des Goldenen Zeitalters, die Erleuchteten der Dunklen Mutter, die Hand Borons, die Hachinim-Orden, die Aldra Korim, die Ilaristen, die Kaiserlich-Karätische Informationsagentur, die Kinder danach. Die Kurknaben, Söldnerin, Heide der Angro-Schimm, die Kulte der Mondgöttin, der Kult des Surren und Schwarms, der Orden der Sechsflügel Menakors, die Sabiat al-Akhamar, die Sterne von Selem, die Töchter Niobaras, die Nachtwinde, der Orden vom Bandstrahl Prajos, der Orden des Heiligen Golgari, der Orden des Heiligen Hüters, der Orden der Heiligen Nuyona, die Pfeile des Lichts, die Rakisas, dann der Sacer, Ordo Draconis und der Zirkel des Abendrotes. Außerdem noch Handreichungen für Agenten und dann Informanten, geheime Kommunikation, Geheimsprachen, Namen zum Tarnen und Tauschen, beschatten und verfolgen und ein Glossar. Auch hier flitzen wir mal durch. Ihr seht, es gibt auch Bilder, es gibt Ausschnitte aus dem Aventurischen Boten, noch mehr schicke Bilder, ein paar weitere Textfragmente sind mit dabei. Insgesamt wieder so ein Band eben im Stil der Ingame-Bücher, also ein Band, der fast so auch in Aventurien vorliegen könnte. Wir kommen zum nächsten Abenteuer, nämlich der dunkle Götze 1, so heißt die DSA-Kampagne aus drei Teilen von Alex Spohr, der Angriff der Affenmenschen oder die Ränke der Daimon-Elfen. Es scheint am 31.10. zum Preis von 19,95 als Buch oder 11,99 als PDF, in welches wir auch hier mal hineinschauen. Und zwar haben wir hier das Inhaltsverzeichnis, Hinweise, doppelte Hinweise für die Meisterin des schwarzen Auges, dann der Hintergrund, Einstieg ins Abenteuer, das ist noch vor PDF. Der Prolog durch die Salamanderwälder, Tal der Affenmenschen und neue Monster. Vorgewürfelte Helden, neue Heldentypen und Zaubersprüche der Waldelfen, Zaubersprüche der Dämonenelfen und Plan des Schicksals darf natürlich nicht fehlen. Auch hier flitzen wir mal durch. Das ist im Wesentlichen so ein DSA-1-Design, allerdings mit DSA-5-Kästen. Ich finde es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, diese Kombination, aber gut. Ein paar Bilder im Schwarz-Weiß-Stil, aber trotzdem moderner als damals bei DSA-1. Das sind teilweise auch DSA-5-Bilder, die dann schwarz-weiß gemacht wurden. Der plane Schicksal sieht aber eindeutig nach DSA-1 aus. Ja, und dann habt ihr hier nochmal den Klappentext. Wir kommen zur 44. Collectors Club-Welle. Die August-Welle, die lief vom 9.8. bis 8.9. Deswegen ist das da oben auch kein Fehler. Die ist nämlich gestartet und beendet seit meiner letzten Nachrichtensendung zum Collectors Club. Und mit dabei ist The Wizard, das schwarze Auge von Amigo. Da hatte ich ja schon mal darüber berichtet. Das ist erschienen am 17.9. mit dem Pre-Release auf der Radcon am 31.8. Kostet 19,99 als UVP. Wenn ihr es günstiger haben wollt, dann schaut gerne mal in unsere Produktlisten. Da sind auch noch ein paar Links zu anderen Shops. Ich habe es nämlich auch durchaus schon günstiger gesehen. Wichtig hierzu ist noch, es gibt ein Gewinnspiel auf der Spiel. Da wird es das natürlich dann auch am Ulysses-Stand geben. Und ja, genau. Da kann man dann in irgendeiner Form dann an einem Gewinnspiel teilnehmen. Genau mehr dazu sagen kann ich aber auch noch nicht, weil ich auch noch nicht weiß, was es sein wird. In der 48. Welle war Brandlands Pakt 1 Stehlen aus Kupfer. Der erste Band der Zwergenkampagne aus vier Teilen erscheint am 28.11. 29,95 kostet das Buch oder 17,99 das PDF. Und hier gibt es auch schon das Vorpdf, in das wir jetzt auch hineingucken werden. Auch hier gilt natürlich Spoiler-Gefahr. Man sieht schon, es spielt in Angbar. Das Inhaltsverzeichnis ist recht kurz, besteht aus fünf Kapiteln, Einleitungen, die Flamme des Humus, die Ruinen von Kabiadosch, das Tal der Elemente und dann der Anhang. Ja, und hieraus wird auch schon ein bisschen klar, wohin es einen führt. Zum Inhalt will ich nicht zu viel sagen. Man sieht aber schon, ein Käfer spielt eine gewisse Rolle, was man aber auch dem Cover schon entnehmen konnte. Es führt ins Tal der Elemente und im Anhang gibt es auch noch ein paar mächtige Widersacher. Auch hier nochmal die Rückseite von Johannes Kaupp, wird das Ganze geschrieben. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt, vielleicht hat der Kai noch ein paar Spoiler für euch in der Schelmschau. Dann ist ebenfalls der zweite Teil von Der Dunkle Götze, nämlich Der Blutsager von Belhanka oder Die Versuche der Vampirforscher im Collectors Club vorher bestellbar gewesen. Am 28.11. wird das Buch erscheinen, zum Preis von 1995 oder 11,99 als PDF. Und auch dieses haben wir hier in der Vorabversion. Auch hier wieder eine Spoiler-Gefahr für den 64 Seiten Band. Und der Inhalt ist ja ähnlich wie der vom ersten Band. Also wieder Hinweise für Meisterin des Schwarzen Auges, Hintergrund, Einstieg ins Abenteuerprolog, das Weinfest, das Herrenhaus der Vampir und wieder jede Menge neue Monster, sowie vorgewürfelte Helden, einen neuen Heldentyp und den Plan des Schicksals. Sehen wir hier ebenso. Hier wieder sogar ein DSA 5 Plan in Schwarzweiß. Viele Bilder und die alten Meisterinformationen-Balken. Ja, und hier habt ihr auch nochmal den Klappentext, das natürlich auch alles im DSA 1 Stil. Ebenfalls in der 48. Welle ist der Teil 3 der Südmeer-Tetralogie für DSA 1 die Insel der Risse und der Remastered Variante. Erscheint am 31.10. zum Preis von 12,95 oder 4,99 als PDF. Und ebenfalls mit in der 44. Welle war die Siebenwindküste. Albania und der Windhack in der Reloaded Variante. Erscheint am 28.11. zum Preis von 39,95 oder 23,99 als PDF. Auch hier gibt es das Vorab-PDF, das habe ich allerdings nicht da nicht vorgestellt, denn ich habe die Bände schon in der alten Aufteilung. Und das ist jetzt hier der regelfreie Regionalband. Dazu gibt es dann die Helden der Siebenwindküste für 34,95 oder 23,99 als PDF. Auch das erscheint am 28.11. Hier ist jetzt zum Teil die Rüstkammer drin, zum Teil eben der Heldenteil aus der alten Regionalspielhilfe. Und in den Mysterien der Siebenwindküste in der Reloaded Variante, die am 28.11. erscheinen wird. Auch für 34,95 oder 20,99 als PDF. Dort ist das Abenteuer drin und eben die Mysterien. Dann war vorbestellbar Effert Wademekum als MP3-Hörbuch. Das ist jetzt am 26.9 bereits erschienen, deswegen hat es in der Neuerscheinung auch mit drin. 19,95 kostete das. Und auch Schicksalverdammnis, Gottheit Marder, Würfel und Schicksalspunkte, ist bereits im September erschienen, zum Preis von 14,95. Und ja, das sind eben die drei Würfel, die drei Chips und das kleine Regelheftchen. Das gleiche für Xelidon. Auch der ist ja bereits erschienen am 26.09. für 14,95. Auch hier drei Würfel, drei Chips und ein Regelheftchen. Und mit in der Welle war noch die Abenteuer des JL Panzerschild. Das Pfotenwerk Nummer 18. Ein reines PDF natürlich wieder. Das erscheint am 31.10. für 2,99. Auch hier gab es das vorher PDF. Das habe ich aber auch nicht, da ich das auch nicht vorgestellt habe. Das ist wieder so eine Story, die aus Zitaten besteht, auch relativ kurz. Wir kommen zur 49. Welle des Collectors Clubs. Und zwar ist das die Septemberwelle. Die läuft jetzt gerade aktuell vom 13.09. bis 13.10. Und mit dabei ist der zweite Band, der Bibliografie des Schwarzen Auges. Jetzt mit dem Zeitraum von 1994 bis 2003. Der wird am 19.12. erscheinen für 49,95. Also jetzt der Preis, den der erste Band zuerst hatte. Der gilt jetzt für den zweiten. Der wird also wahrscheinlich dann um die 160 Seiten haben oder 29,99 als PDF. Dann ist noch mit dabei Entfesselte Schöpfung. Das ist die Märchenanthologie, die auf der Radcon angekündigt wurde. Jetzt auch hier mit dem neuen Cover, weil ich es sehr, sehr schick finde. Da sind insgesamt drei Abenteuer drin. 19.12. da ist das Erscheinungsdatum und 34,95 der Preis. Das ist auch schon der teurere Preis für die 96 Seitenbände. Und 20,99 als PDF. Dann ist der Draht von Oktragosch, eine Ergänzung zu Brandernspakt 1 mit dabei. Das reine PDF mit 32 Seiten. Das wird am 28.11. erscheinen zum Preis von 6,99. Und das Heldenwerkarchiv Nummer 8 in der regulären Ausgabe wird ebenfalls am 31.10. erscheinen. Hier jetzt auch mit Rückentext und Seiten aus dem Band. 39,95 kostet das Buch und 27,99 das PDF. Dann ist mit drin der Dunkle Götze Teil 3. Die Rache der Riesenarmöbel oder die Rückkehr der Rüsselhündchen wird er heißen. Der erscheint am 19.12. zum Preis von 9,95 als Buch oder 11,99 als PDF. Wie immer gilt bei all den Sachen, sofern ich sie bestellt habe, dass ich euch vielleicht dann in den nächsten Nachrichten nach dem 13.10. die Vor-PDFs dann zeigen kann. Was ich nicht bestellt habe, ist der vierte Teil der Südmeer-Tetralogie, der inzwischen jetzt zu DSA 2 gehört. Der Bund der Schwarzen Schlange heißt er. Das ist also ein weiterer Remastered-Band. Am 28.11. wird er erscheinen zum Preis von 12,95 und 4,99 als PDF. Wobei es die Fahrt der Chorrisande 7,99 kostete. Das ist also nicht auszuschließen, dass das hier auch der Fall sein wird. Deswegen das mal unter Vorbehalt. Dann für DSA 3. Abenteuer-Basisspiel. Die Helden mit Mantelschwert und Zauberstab in der Remastered-Variante. Auch hier wieder eine Zusammenlegung aus zwei Boxen, nämlich die Helden des Schwarzen Auges und mit Mantelschwert und Zauberstab. Das Ganze wird am 28.11. erscheinen. Die Box kostet 59,95 oder 35,99 als PDF dann wahrscheinlich. Dann gibt es noch zwei Schicksal-Verdammnis-Sets, nämlich den Erzdämon Belkelel. Der wird am 31.10. erscheinen zum Preis von 14,95. Wie immer 3 Chips, 3 Würfel und ein kleines Regelheftchen. Hier schon mal die Würfel in der Nahaufnahme. Und wir wechseln zu Tasfarelel. So heißt da irgendwie der Erzdämon. Der wird ebenfalls am 31.10. erscheinen. Auch hier wieder 3 Chips, 3 Würfel und das Regelheftchen. Und 14,95 kosten. Ganz kurz noch zu den Schicksal- und Verdammnis-Sets. Da hat Philipp jetzt im letzten Vlog gesagt, dass wohl nur noch vier erscheinen werden. Zwei davon kennen wir schon, nämlich Afestadil und Mokoscha. Das unter Vorbehalt kann ja auch sein, dass er sich da vertan hat. Dass es vielleicht jetzt noch nur vier in den Collectors Club kommen. Als fehlen glaube ich noch ein paar mehr. Aber ja, auch Markus hat ja gesagt, dass es nicht mehr so viele sein werden. Von daher sind wir mal gespannt, welche jetzt die letzten Sets werden. Wir kommen zu DSK, denn es gab das Fodenwerk Nummer 19, die Profession Futtersuche. Auch das wieder so ein Eins-Seiten-PDF. Am 28.11. wird das erscheinen. Kostet 2,99. Und Anfall 4, Endlose Dunkelheit hatte ich eigentlich auch erwartet. Weit nicht mit dabei. Das heißt, das verschiebt sich scheinbar dann nochmal um einen Monat. Das war's soweit. Wir kommen zum DSA-Wetter. Und wenn es dir bis hierhin gefallen hat, vergiss nicht zu abonnieren. Lass einen Daumen nach oben da und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wenn du uns als Podcast hörst, kannst du uns da natürlich auch sehr gerne bewerten. Da freuen wir uns drüber. Ja, was bringen die nächsten Wochen? Jetzt ist erstmal am Donnerstag bis Sonntag die Spiel. Ich habe ja schon viel drüber gesprochen. Aventuria ist mit dabei. Finzerwacht ist mit dabei. Und die DSA-Party am Freitag. Vielleicht sehen wir uns da ja. Schreib mir gerne, wenn du da bist. Dann gibt es die Preview-Ausgabe von der Finzerwacht Adventure in a Box dort. Wir haben außerdem die DSA-Party. Die nächste Welle des Collectors Club startet. Das ist die 50. Welle. Ich vermute, dass sie am 11.10. starten wird. Lassen wir uns mal überraschen. Bis dahin sind vielleicht auch noch ein bis vier VTT-Module erschienen, die jetzt noch ausstehen. Ebenfalls am 11.10. ist dann die Polaris. Die geht bis zum 13. Oktober in Hamburg. Dort ist Ulysses dann auch vertreten. Dann soll am 15. Oktober ja das Aventuria-Crowdfunding starten. Eventuell wird es ja auch etwas später. Die Auslieferung von DSK-Ewige Suche könnte damit sogar etwas davor sein. Die soll ja jetzt irgendwann in diesem Monat erfolgen. Und dann haben wir ja noch die Frage, was ist denn jetzt mit den Statuen und Miniaturen, die ja jetzt Kraken komplett übernimmt. Wann geht es denn da weiter? Da möchte auch Michael wohl noch einen Blogbeitrag zu posten. Das verzögert sich ja beim Moment noch etwas. Und da können wir auch mal gespannt sein, was sich da dann tun wird. Ja, das sind die nächsten Wochen. Ich hoffe, ich konnte euch hier ausführlich informieren. Schaut auf jeden Fall nochmal auch in den Teil 1 rein mit den Neuerscheinungen und in die Specials zur Radcon, zu DSA und Aventuria. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die Woche. Dann euer Gernot. Vielen Dank auch an meinen Kurs und Komod Adrian, an die grafische Unterstützung durch Eloquent Erlenford und Käpt'n Kitt sowie Goronius, an die technische Unterstützung durch De Bernd, unsere Patronen und Kofi Spender, die Unsterblichen Munix und Dennis, der göttliche Albrex, die Allwissenden Anvarian und Palinai Lolonna, die Wissenden Meister F, Tengiel, Haimi, Adranes, David und Albrax 31, die Halbwissenden Gwindern und Asatul, die Neugierigens, Gutes, Paligan, Tama, Witsch, Volt, René und Franz, sowie alle unsere Twitch-Abonnenten und alle, die über unsere Partnershops einkaufen. Vielen Dank. Ihr macht dieses Projekt erst möglich.